So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es darum, wie wir uns das Tundra-Violett am besten selber mixen. Das ist dann das letzte, müsste das letzte von den Tundra-Farben sein, von den supergranulierenden Farben. Und wir machen dann mit einer anderen Gruppe weiter. Falls ihr Wünsche habt, was ich als erstes machen soll, ob ihr jetzt lieber erst die Galaxie oder die Wüsten oder was auch immer Farben habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich zeige euch, wie immer, wenn ich habe, als erstes das Original. In dem Fall habe ich es. Es ist auch hier wieder eigentlich nur eine Kombination aus zwei Pigmenten. Normalerweise sind zwei Pigment-Kombinationen nicht sonderlich schwierig, selber zu mischen. Tundra-Violett ist hier tatsächlich eine Ausnahme, weil das war tatsächlich die Farbe, mit der ich bisher am meisten Probleme hatte, die nachzumischen, weil hier das Mischungsverhältnis zwischen den zwei Pigmenten wirklich einen ganz, ganz, ganz schmalen Grat hat, wo diese Farbe funktioniert. Hat man wirklich nur einen Hauch zu viel von der einen oder von der anderen Farbe, kommt jetzt zu einem ganz anderen Ergebnis, was dann mit dieser Farbe nichts zu tun hat. Deswegen musste ich das Video tatsächlich auch mehrfach drehen. Wir haben hier die Kombination aus einmal Pigment-Braun 6. Das ist die synthetische Variante eines braunen Eisenoxids. Ich habe hier die Variante von, ich glaube, es heißt Eisenoxid-Braun oder so, von Schminkehorradam. Und das ist nur eine von, ich glaube, zwei Firmen, von der ich wirklich weiß, dass sie ein Einzelpigment, Pigment-Braun 6 überhaupt anbietet. Das ist jetzt nicht sonderlich häufig. Häufiger sind die Pigment-Braun 7-Varianten. Wie gut das im Wechsel funktioniert, kann ich nicht sagen, weil das habe ich tatsächlich nicht ausgetestet. Weil das Pigment-Braun 6 von Schminke doch sehr speziell ist. Denn es hat einen sehr hohen Anteil an schwarzen Pigmentstückchen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Pigment-Braun 6 alleine auf eine größere Fläche mache, mit ein bisschen Wasser, dann habe ich da schon eine Farbseparation zwischen bräunlichen und schwarzlichen Anteilen. Und das ist etwas, was, sage ich mal, die Standard-Pigment-Braun 7-Farben, die ich habe, nicht haben. Das war auch der Grund, warum ich mir damals dieses Pigment-Braun 6 überhaupt gekauft hatte, weil ich es optisch halt sehr spannend fand. Dann das Zweite ist unser Standard-Pigment-Blau 29-Ultramarin-Blau. Und hier muss ich auch ganz, ganz wichtig sagen, ihr müsst definitiv eine Variante nehmen, die eine stärkere Granulation hat. Und ich habe jetzt hier, ich glaube, das französische Ultramarin von Daniel Smith genommen. Ich bin mir aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, weil das Video habe ich schon eine ganze Weile hergedreht und ich habe es mir leider nicht dazu notiert. Ich habe es zum Beispiel erst probiert mit dem Normalen von White Nights. Das hat nicht funktioniert, weil das nicht stark genug granuliert hat. Wir haben hier quasi eine Mischung aus einem Blau und einem Braun. Und wir kriegen dann, wie man jetzt hier auf dem Original-Swatch sieht, eine Mischung aus, ich würde jetzt mal sagen, blauen, braunen und eher schwarz-grauen Anteilen. Man sieht jetzt hier, meins geht jetzt optisch deutlich mehr in Richtung Grau und es ist auch deutlich heller. Und das war der Punkt dann, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss nochmal nachmischen. Und ich kann euch echt sagen, ich habe verdammt viel hin und her gemischt, um das hinzukriegen. Ich glaube, das war echt jetzt von allen, die ich bisher gemischt habe, das, wo ich, wie gesagt, nicht nur am meisten Probleme hatte, am meisten Farbe gemischt habe. Dann die Mischungen, die ich hatte, doch immer wieder ein bisschen mehr blau, ein bisschen mehr braun, das doch dann einmal komplett weggekippt habe, nochmal neu angefangen habe. Es ist, also das ist wirklich nicht so einfach. Und ich glaube tatsächlich, wenn das jetzt eine Farbe ist, wo ich sage, ich benutze die sehr häufig, dass das tatsächlich eine Farbe ist, wo mir dieser Aufwand tatsächlich zu viel wäre und wo ich sagen würde, scheiß drauf, ich kaufe mir da jetzt einfach das fertige Produkt. Aber wie man sieht hier, ich habe es hinbekommen. Es ist möglich. Es ist nur in dem Fall wirklich aufwendiger. Einfach, ja, man sieht, das Farbergebnis ist nicht optimal im Verhältnis. Kann natürlich jetzt auch ein bisschen, wie man es aufträgt und sowas dran liegen. Aber wie gesagt, einfach nur zu wissen, das ist definitiv etwas, wo selbst ich mit viel Erfahrung, sage ich mal, ein bisschen mehr Probleme hatte. Weil einfach im Normalfall ist es so, dass ich eine relativ breite Range habe, sage ich jetzt mal, wo ich sage, die Kombination von Pigment A und Pigment B, dass ich sage, okay, ich sage jetzt nur mal als Beispiel. Ich habe eine Möglichkeit zu sagen, ich mische 50-50 oder ich mische 60-40. Jetzt nur mal als Beispiel und komme ungefähr zum gleichen Ergebnis. Und hier habe ich halt eher so dieses Gefühl, es ist ein Ding von, sorry, anstatt zwischen 50-50 und 60-40, du hast eher so eine Varianz zwischen 50-50 und 51-49 oder 52-48. Also da ist der Handlungsspielraum, wo ihr genau zu diesem Farbergebnis kommt, einfach sehr, sehr schmal. Und das macht das Mischen tatsächlich hier schwieriger. Ja, hoffe, das hat euch trotzdem gefallen und geholfen. Und ja, wie gesagt, lasst mich wissen, falls ihr Wünsche habt, welche Farbgruppe sozusagen von den supergranulierenden Farben wir als nächstes uns vornehmen sollen. Ich möchte definitiv nach und nach alle von Schminke und auch die in Anführungszeichen supergranulierenden Farben von anderen Herstellern, die ich so sehe und kenne, auch nach und nach alle abdecken in dieser Misch-Serie. Aber falls ihr, wie gesagt, Wünsche habt, was euch am meisten interessiert oder was ihr als erstes abdecken sollt, lasst mich mir in einen Kommentar einfach da. Ansonsten einen Daumen hoch oder ein Follower, wie immer. Bin ich super dankbar dafür, weil es mir und dem Kanal sehr weiterhilft. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen ganz tollen Tag. Bis bald. Ich hoffe, ihr habt einen Daumen hochgelegt. Vielen Dank.